Was ist die Plattitüden, die man immer raus hat bei so einer Frage? Ich glaube, es gibt immer so die Plattitüden, die man so ein bisschen raus hat bei so einer Frage. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass sich Wille immer auszahlt oder Wille lohnt sich. Das ist bei mir eigentlich ganz so ein Motto, was ich immer so vor mir her treibe, weil man, wenn man den richtigen Willen zu etwas hat, das dann auch erreichen kann. Man wird ab und zu auch mal getestet, das ist im Sport so wie im Leben. Und von daher, ich denke, Wille lohnt sich, wird sich hinten raus auch immer bestätigen, wenn man sich das so richtig vornimmt. Ich glaube, das ist das Emotionalste, wenn Spieler, mit denen man lange zusammenspielt, wenn die verabschiedet werden und den Verein auch dann verlassen. Da könnte ich jetzt mehrere Beispiele nennen, aber ich denke jetzt mal so allgemein, dann ist es gar nicht so, wenn wir Tore schießen oder wenn wir auch mal Niederlagen einstecken. Ich glaube, was sich über Jahre aufbaut, ist auch die eine oder andere Freundschaft unter Kollegen. Und wenn dann einer geht, den Verein wechselt oder auch vorher wechseln muss, dann geht das einem schon relativ nahe. Und ich glaube, dass es dann so bei Verabschiedungen kommt das nochmal so alles hoch. Emotionaler Moment in meinem Leben. Schwierig zu sagen, weil ich bin ja schon 34, ich habe schon das eine oder andere erlebt. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich habe jetzt keine Kinder. Ich glaube, viele würden die Geburt ihrer Kinder irgendwie damit beantworten. Ich glaube, das ist eher so, meine Schwester, die ist jetzt zweifache Mutter geworden. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen mit bewegt, natürlich auch sehr positiv. Und man sieht, wie die Kleinkinder aufwachsen. Das gibt natürlich dann schon einen Vorgeschmack, wenn man mal selber Kinder haben möchte, was bei mir definitiv der Fall ist. Mal gucken, wann es soweit sein wird. Ich habe noch ein bisschen Zeit dazu, aber ich glaube, das ist schon was ganz Schönes, wenn man als Onkel in so eine Rolle reingeboren wird und damit auch wächst. Und das ist dann schon etwas, was sehr emotional für mich ist. Mein größter Wunsch in meinem Privatleben glaube ich, dass sich ein Zustand absoluter Zufriedenheit bei mir einstellt. Wie das dann irgendwie mal sein wird, welche Faktoren damit zusammenhängen. Ich denke, das ist erstmal Gesundheit. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und für meinen engsten Kreis. Und vielleicht auch so ein Stück weit Unabhängigkeit in allen Belangen, wenn dieser Moment mal gekommen ist. Er ist leider noch nicht da. Ich glaube dann, es geht ein Wunschtraum für mich in Erfüllung, dass ich da sagen kann, okay, mein Leben ist das so, wie ich mir das vorstelle. Als Spieler vom FC St. Pauli ist natürlich klar, dass neben dem Platz das ein oder andere soziale Engagement gern gesehen wird und natürlich auch relativ nah auch zum Verein gut steht. Ich kann die Chance zum Glück nutzen, die Möglichkeit, die mir da geboten werden. Das eine ist das Projekt, ein Wasserprojekt, eine Wasserinitiative, die heißt Viva Kun Agua, wurde auch in St. Pauli gegründet im Stadtviertel von einem ehemaligen Fußballprofi, Benjamin Adrian. Ich war dort jetzt auch zweimal auf Projektreise in Äthiopien, konnte mithelfen, einen Brunnen dort zu bauen, einen Wasserbrunnen dort zu bauen. Und ich glaube, das hat schon etwas in mir ausgelöst zu sehen, wie die Menschen, wenn sie es dann verstehen, was es da auch wirklich geht, um sauberes Trinkwasser, dass die Menschen durch sauberes Trinkwasser auch gesünder leben können. Man kann so ein bisschen auch eine Wirtschaft aufbauen, dass es den Menschen besser geht. Gerade aktuell ist die Dürre in Somalia und auch in Äthiopien sehr akut und das ist ein Thema, was auch uns in Zukunft so begleiten wird. Das andere Projekt, was ich gerade so ein bisschen betreue, ist der FC Hamburger Berg. Es geht um Flüchtlinge, die ihr fußballerisches Zuhause in diesem Verein finden und dann die Möglichkeit haben, ihr fußballerisches Talent auch weiter zu fördern und so auch ein bisschen Abstand zu nehmen von den tragischen Momenten, die diese Menschen auch erleiden mussten. Das sind so zwei Kernprojekte, die ich gerade so ein bisschen betreue und das gibt mir im Leben schon nochmal ein bisschen was mit und macht einfach Spaß. Ne, habe ich glaube ich nicht. Also ich könnte auf mein Auto verzichten, genauso wie auf mein Smartphone. Ich konnte so ein bisschen mein Hobby, mein großes Hobby ist Reisen, mit den Projekten so ein bisschen verbinden, gerade was Äthiopien betrifft. Ich war vorher nicht in Äthiopien. Die nächste Reise wird nach Uganda gehen oder nach Asien, wo auch Projekte von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe realisiert werden. Also von daher kann ich das soziale Engagement so ein bisschen mit meinem großen Hobby, auch mit dem Reisen so ein bisschen verbinden. Von daher passt das super. Natürlich erstmal Reisen, ganz klar. Wenn es sich irgendwie mit meinem Lebensplan vereinbaren lässt, natürlich Reisen. Familie ist das nächste, was so ein bisschen im Vordergrund dann steht. Ich mache jetzt ein Studium, ein Wirtschaftsstudium, beziehungsweise ein Studium der Wirtschaftspsychologie, möchte ich jetzt anfangen. Mal gucken, wo mich das hintreibt, ob mich das auf andere berufliche Ebenen irgendwie treiben wird. Ich weiß, ich werde kein Vorstand mehr eines DAX-Unternehmens, aber vielleicht kann ich nochmal ganz andere berufliche Horizonte da irgendwie erleben. Fakt ist aber auch, dass ohne den Fußball werde ich nicht in ein tiefes Loch fallen. Das ist schon mal ganz klar. Ich spiele für mein Leben schon gern Fußball, aber Fußball ist nicht mein Leben. Also wenn ich vom Trainingsplatz runtergehe oder nach dem Spiel nach Hause fahre, dann ist auch Fußball ein bisschen weg und kann da ganz gut abschalten. Ich glaube, das ist eine Gottesgabe, die nicht jeder Fußballer hat und dafür bin ich unendlich dankbar. Mein Lebensziel, glaube ich, ist das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, absolute Zufriedenheit. Dass ich diesen Status mal erreichen kann, dass ich mit mir zufrieden bin, das nicht sowieso, aber auch mit meiner Umwelt. Es sind sehr viele Themen, die außerhalb des Fußballs natürlich jetzt auch so auf uns einprasseln, nicht nur in der politischen Situation, sondern auch sportlich, was gerade auch im Profifußball in Deutschland so ein bisschen passiert, was außenrum so passiert, was mit Vermarktung passiert. Das sind alles so Themen, die beschäftigen einen schon. Das werde ich allein nicht ändern können, aber vielleicht werde ich den einen oder anderen dazu inspirieren können, mit mir die Welt da so ein bisschen zu verbessern. Das ist so ein bisschen mein Ziel, Leute zu guten zu inspirieren und auch in das Gute des Menschen zu glauben. Mal gucken, ob das mal dann so sein wird, dass ich dann auch so zufrieden sein kann mit meinem Leben, dass es dann auch so passieren wird.